In der Schweiz leben rund 25.000 Menschen mit HIV und ein Viertel von diesen sind Frauen. Ein Großteil von ihnen hat sich heterosexuell infiziert und über die Hälfte sind Migrantinnen. Und dieses Migrantin-Sein, das kann zusätzliche Probleme mit sich bringen. Das kann sein ein prekärer Aufenthaltsstatus, es können sein Abhängigkeiten vom Partner und sehr häufig sehen wir auch recht große Sprachschwierigkeiten. Nicht zu vergessen ist auch, dass diese Frauen ein Bild von HIV und AIDS mit sich bringen, das geprägt ist auch durch Erfahrungen im Herkunftsland. Und sie sehen häufig HIV-Patienten als ausgemergelte, sterbende Gestalten vor sich. Und das bringt natürlich auch Angst vor der eigenen Zukunft und auch Angst vor Stigmatisierung. Die HIV-Infektion hat mich als Mensch verändert und damit auch meine Beziehung zu anderen Menschen. Und zwar, weil ich einfach, also ich bin krank geworden, ich musste mich damit auseinandersetzen, kann ich noch, will ich noch weiterleben, wie will ich weiterleben. Ich musste mich mit sehr grundsätzlichen Problemen auseinandersetzen, ich musste mich meinen Ängsten vor Krankheit und vor Tod stellen. Und das hat aus mir einen anderen Menschen gemacht, mit einer Art, ja, mit ziemlich tiefen Gang. Zunächst mal gilt für Frauen wie für Männer, dass man die HIV-Infektion früh genug erkennen muss. Das heisst, wir wollen sogenannte Late Präsenter vermeiden. Das heisst, wenn wir früh genug wissen, dass eine Frau HIV-infiziert ist, dann können wir mit den modernen Therapien dafür Sorge tragen, dass sie eine nahezu normale Lebenserwartung hat und auch eine gute Lebensqualität. Was Frauen aber darüber hinaus brauchen, sind sicherlich Selbsthilfegruppen, in denen sie eine Heimat finden und in denen sie auch Empowerment finden. Also Peer Support ist da so das Stichwort und da hapert es gerade in den westlichen Industrieländern noch sehr. Am Anfang hat das eigentlich nur mein Freund gewusst. Das ist die Person, von der ich mich auch HIV betreibt habe oder angesteckt habe. Und mit ihm habe ich über das reden können, aber ich habe das niemandem anderen traut zu sagen. Und das hat eigentlich ziemlich lange gebraucht, bis ich endlich den Schritt geschafft habe. Und ich habe Unterstützung gebraucht, therapeutische Unterstützung. Es ist insgesamt sechs Jahre gegangen, bis ich das meinem Vater habe können sagen, meinem Chef bei der Arbeit habe können, meinen besten Freunden. Und eigentlich so richtig locker offen umgehen, damit habe ich eigentlich erst nach zehn Jahren können. Auf der Ebene der einzelnen Patientin müssen wir immer wieder schauen, was bringt diese Frau mit an Lebenshintergrund, welche Unterstützung hat sie in der Familie, im Freundeskreis, welches Wissen hat sie und wo können wir sie noch zusätzlich unterstützen, durch Informationen oder auch durch Vernetzungsmöglichkeiten. HIV-positive Patientinnen sind in der Schweiz im Großteil zwischen 25 und 40 Jahre alt bei der Erstdiagnose. Und damit sind sie fünf bis zehn Jahre jünger als die HIV-positiven Männer. Und damit fällt die Erstdiagnose in eine Phase, in der sehr viele Entscheidungen im Leben anstehen und auch die Familienplanung. Eine Frau mit HIV kann heute selbstverständlich Mutter sein. Das Übertragungsrisiko auf das Kind ist sehr gering, inzwischen unter ein Prozent, wenn das Management stimmt. Und deshalb gibt es für Familien, für Paare, die von HIV betroffen sind, heute keinen Grund mehr, auf ein Kind zu verzichten. Während der Schwangerschaft stehen uns die gleichen Medikamente zur Verfügung, wie auch sonst in der Therapie Erwachsener. Wir greifen natürlich gerne auf bewährte Substanzen zurück, mit denen wir schon relativ viel Erfahrung bei Schwangeren haben. Da helfen uns die internationalen Register. Und während des Stillens behandeln wir zurzeit noch nicht oder wir empfehlen das Stillen zurzeit noch nicht. Wenn eine Frau aber unbedingt stillen möchte, dann begleiten wir sie auch. Und da wissen wir, dass die Therapie auch hier das Übertragungsrisiko reduzieren kann. Was trotzdem sehr schwierig ist für eine Frau, ist, wenn sie Kinder hat, dass sie, also das weiss ich von vielen Frauen, dass sie dann nicht trauen, offen mit ihrer HIV-Infektion umzugehen, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder nachher wegen dem diskriminiert werden. HIV-positive Frauen sind im Allgemeinen durch die antiretrovirale Therapie und durch HIV selbst in ihrer Lebensführung nicht oder nicht wesentlich eingeschränkt. Aber es gibt so ein paar Bereiche, bei denen HIV-positive Frauen doch eine vermehrte Gefährdung für bestimmte Erkrankungen haben. Und da gibt es insbesondere Probleme mit Gebärmutterhalskrebs. Und HIV-positive Frauen sollten regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen. Und wir wissen grundsätzlich, dass Frauen ein höheres Risiko haben für Osteoporose als Männer, insbesondere nach den Wechseljahren. Und das ist bei HIV-positiven Frauen besonders akzentuiert. Man kann aber gegensteuern. Und wir wissen auch, dass HIV-positive Frauen auch in höherem Alter ganz besonders ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko haben können. Und wichtig ist, Risikofaktoren frühzeitig zu behandeln. Also aus meinem Alltag heraus ist eine ganz grosse Herausforderung das Doppelleben mit HIV. Frauen sind ja nicht vernetzt, wie wir das zum Beispiel bei den schwulen Männern erleben, die doch eine Lobby haben, die sich zusammengefunden haben in der Selbsthilfe, sondern Frauen leben sehr isoliert mit ihrer Infektion. Häufig weiss niemand sonst von HIV. Ich habe das Glück gehabt, dass ich Unterstützung bekommen habe und ich wünschte mir, dass eigentlich jede Person in der Schweiz Unterstützung bekäme. Und eben, dass halt auch von der Bevölkerung her eine Unterstützung bekäme. Also dass auch von der Bevölkerung her, wenn ein Mensch sich entschliesst, mitzuteilen, dass der HIV oder sein HIV-positiv ist, dass eben die Unterstützung, wie ich sie erfahren habe von meinem Chef oder von meinen Eltern, dass das auch von der Bevölkerung kommt.